Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei Rhythm Doctor. Ähm, ja. Ich wurde ja leider das letzte Mal gefeuert. Doof gelaufen, würde ich sagen. Ähm. Ups, da war ich zu schnell. Äh, ja, ich muss versuchen, alle Leute jetzt hier mal auf A zu bringen. Deshalb, let's go. Wahrscheinlich muss ich zuerst wieder etwas reinkommen, aber schaffen wir schon. Scheiße. Scheiße. Jetzt läuft's gut. Fuck. Rank. B-plot. Wow. Nicht wirklich besser als vorher. Schade. Samurai says you are satisfactory. Schön. B-completed. Um die Nachlevel zu spielen, muss ich ja A schaffen, daher versuchen wir ihn auch noch mal. Ich lese das ganze Team nicht noch mal vor, da wir ja wissen, was sie haben eigentlich. Springen wir gleich. Okay. Los geht's. Doktor, you've gotta help me. My heart's not feeling too good. I don't know what to do. Benkt schon gut an. Benkt richtig gut an. Scheiße. B-blocking. You've gotta help me. I'll just do a bunch of people. What do you think? Come on. I'll just do a bunch of people. känns sich gute Sachen. triste, dass du ein bisschen wie viel wie viel wie viellas peux. ... Zu biologin. I'll just do a bunch. Ich muss nicht nur das ganze Zeit. Ich muss mich auch um... Ich muss... Ich muss das nicht mal zu sein. Was? What? Another patient is insisting on being treated in here as well? I'll handle the new one. You focus on the boy. What? What? She's... She's here too! Whoa! Nice. Come, Sean, bitte. A. And it's B. Your rank. B plus! Fuck. Not bad, I guess. Well. Naja. Here. Bin ich leider auch noch besser. Doof. Ah, oder besser. Das wird nichts. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Ich muss den Rhythmus finden. Ready for something new. Oh, wait. Das schauen wir das nochmal an. Now we're in the supraventricular tachycardia ward. Patients here have two beats instead of seven. The nurse will cue you in with the phrase ready, ready, get, set, go. She's picked up English now. Remember her rhythm. Here Ian will demonstrate first. Ready, get, set, go. Ready, get, set, go. And stop. Wow. It's like you know all of this already. Perfect. But I'm still gonna read out the full explanation anyways. As you certainly already know, for SVD beats, it doesn't matter when the beat pulses. Don't be tricked. Just always follow the nurse's get and set timing. Even if the beat pulses multiple times or pulses on an offbeat, just stick to the get and set timing. These funky SVD beats will normally happen without warning. But for this lesson we will deploy a spider to introduce them. Oh, don't worry. This is a completely controlled environment and it's a medical trained professional spider. Before we do this, do a spider bother you? If you do not want to see a spider on the screen, press the button twice. the last time I clicked the button once again. Also hades a spider even seen. So let's make sure... What is happening when Iем not see a spider Are you okay with this young spider? Okay. We will not meet a spider. Let's see. Ready, get, set, go. Das war perfekt. Do you play a lot of written games? Nee, eigentlich nur dieses hier. Your first SAT patient will need to be treated just like that. Keep that beat in your head and good luck. Oh shit, meine Marsch hat noch aufgezeigt. Oops, sorry. Ready, get, set, go. Test it. Läuft bisher ganz gut. Hey, don't mind me. I'll be treating another patient. Just stay focused on your own. Got it. Okay. Set, go. Scheiße. Das ist so mies. Lass zwei verschiedene Beats laufen. Okay. 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 Nice. A plus. Yes man. Endlich. A plus. Study beats. Nice. Nice man. Endlich A plus irgendwo mal. Endlich. Gut. Wish I could care less. Unplayed. Okay. Sollen wir's wagen? Zuerst noch den janitor anhören? That hoodie guy keeps trying to get me to listen to this electronic music. I'm trying to clean toilets and he's hitting me up with all these 24x7 chill wipes. Chill wipe things. I don't even know what the heck that means. I don't get paid enough for this. Ach ja, diese janitor. Okay. Wir versuchen's. Vocal and mix by... Ugh. None of my ideas are working. Carl Brewer frustration is exacerbating the musician's SVD symptoms. Administer the two beat rhythm treatment for his heightened pulse. Theric's inspiration. Wish I could care less. Focus and mixed by you. From Lee Young Y. In Facebook. Ich mache Werbung für Facebook machen. Okay nice. Kann man machen. Before we go forward. There's another type of SVT cue you'll need to know. Although SVT rhythms are usually consistent. Sometimes you'll be cued to skip a beat. A red X will slide down the cardiogram with an audio cue to help you. Here's what the cue sounds like. Rattle. Okay. Got that. Here it is again. So when das kommt, das Geräusch überspringen wir ein beat. Right. Remember that. Okay let's try this out. Let's start off with something simple. Ready, get, set, go. Scheiße. Wenn ich schon gut an. Aha. Scheiße. Oh man. Okay, das ist mies. Das ist richtig mies. Das ist richtig mies. Looks like you got the gist of it. Na ja. Now for something trickier. Keep the beat steady in your head. No matter what. Here we go. Ready, get, set, go. Scheiße. Come on. Fuck. Das ist ja. Almost added. Das wird gar nichts. Good luck. Ich werde so sterben und ich werde schon wieder gefeiert. Aber okay. What? Get, set, go. Like a hundred other artists would do. Clicking some calls like a hundred other artists could do like. Not that much. What is happening? Is there a couple of people in the world? Why are you? And let me go. I wish I could ride more and care less. Okay, okay. Okay, okay. Und stop. I want to. I've got myself by depriving my own. I want to do things that I like until I fix this. But it doesn't really help, I just get more depressed, I do even less cause I can't work when I'm stressed. And ignoring my friends means when I'm finally done, Wie nice! Wie nice ist das genau! Tschüss! Jetzt ein richtig schlechter Rank. Eben aber. Und davon rausfliegt. Boah, wie nice gemacht! Ok, gut. Riders Block 2 Powerful. Wie nice ist das Level bitte gemacht, Alter. Holy shit. Das war ja mal richtig nice. Puh, alright. Maybe I went a little overboard with the coffee. Okay, versuchen wir das auch nochmal. Mal schauen wie es wird. Ob ich es schaffe. Glaube ich nicht. Hi again. There's something else you need to know about SVD Heartbeats. First, let's recap how SVD Beats work. Ready, get, set, go! And stop! Okay. Now you should learn how to deal with attacks. When SVD Beats patients have attacks, their heart rate doubles. And when their heart settles, it helps. The nurse will see changes coming. And she will warn you with a faster cue or slower cue. Oh no, das war das! Just follow the rhythm established by her. Get and set calls. Here we go! Gibt's auch nichts. Get, set, go! Ready, get, set, go! Cocked you a little bit off guard, huh? Don't worry. Let's try that again. Pay close attention to the nurse. Das ist so fucking schwierig. Auf den Rhythmus zu hören, zu hören, was sie sagt, zu drücken auf den Rhythmus. Ready, get, set, go! 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 Ah, okay. And stop! Da kann man gar nichts mehr darauf konzentrieren zu zählen. Smooth. You've got it down. That patient Cole keeps drinking coffee lately. Now he is experiencing caffeine in use is attacked. You just need to keep him stabilized. Good luck. Das wird gar nichts. Das wird gar nichts. Also, das seh ich jetzt schon. Und dann noch der Hintergrund, der mega ablenkt. Get, set, go! Und dann noch der Hintergrund, der mega ablenkt. der Merant. Dann noch der bis was glaubst. Appreciate it. Zurück. Immer zurück. 그렇게 gedărt engernig warst. Be ongsоз. Get set, go! Halt ahead, insod aus! Ready, ready, get set, go! Shit! King Hell! Get set, go! Shit! Get set, go! Holy shit! B plus in the zone. Wie zum Teufel soll man den Arsch schaffen? Alter! Und hier sowieso! Oh mein Gott! Sie! Der tut ich herkipps! Ja, das hatten wir schon! No! Alter Schwede! Sleeve Paint! Ah! Hä? Hä? Mhm! Haben wir doch A geschafft! Hab ich was geträumt? Ah! Oh mein Gott! Hier haben wir A geschafft! Oh Mann! Ich würde sagen, das war's mal für diese Folge! Vielen Dank fürs Zuschauen! Wir sehen uns bei der nächsten Folge bei Rhythm Doctor! Irgendwie muss ich alle Leute hier auf A kriegen! Sonst kommen wir hier nicht weiter! Ja! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Ciao! Ciao!